hey und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürm ihn heute mit dem ersten orakel der neuen saison der bundesliga und heute ist ja das erste flichtspiel oder auftaktspiel kladbach gegen leverkusen ich habe hier zwei booster der match text extra 23 24 was neues gibt es ja noch nicht noch nicht ich habe hier alle spiele und zwar mit kladbach gegen leverkusen dann habe ich hier leipzig gegen bochum haben wir hier noch heidenheim gegen kiel freiburg gegen stuttgart haben wir noch augsburg gegen bremen mainz gegen union dortmund gegen frankfurt bolsburg gegen bayern st pauli gegen heidenheim so und ich bin mal echt gespannt ich weiß nicht tipps also bayern würde ich mal sagen 1 zu knappes 1 2 würde ich mal sagen bei leverkusen gegen gladbach würde ich sagen leverkusen gewinnt ich sage 0 zu 2 0 zu 2 für leverkusen okay dann starten wir hier mal sonst dauert das alles hier viel zu lange also ich hoffe es müssten ja eigentlich alle drin sein ist der erste und zweite bundesliga hier drin da müssten ja auch st pauli und dings drin sein kiel so wir haben hier nur ein berg ist ja schon noch nicht dabei dann haben wir hier magdeburg ist auch nicht dabei paderborn dann haben wir hier die kleeblätter auch nicht dabei kaiserslautern zweite liga so da haben wir da schon das 1 zu 0 für hoffenheim so da oben eben ganz knapp weil ich habe nicht viel platz hier haben wir hier stuttgart und das 0 zu 1 gegen freiburg so dann haben wir hier werder bremen tag team mit jens starke und bitten kurt das ist das 0 zu 1 für werder bremen hier gegen augsburg dann haben wir leberkusen da haben wir dann munna mei die maus nervt so ganz knapp und das wird echt eng hier dann haben wir hier noch hsv logo also die würde ich gerne auch noch mal in der ersten liga sehen so dann haben wir hier noch super star fabian nürnberger von darm stadt darm dann haben wir hier noch glattbach ok glattbach zum 1 zu 1 oder sagen wir hier zwei zwei tore klitzer äh glitzer sticker äh glitzer sticker glitzer karte normale base karten ein tor und glitzer karte zwei tore so lassen wir das dann die saison so wien haben wir hier nathan ngu mu ngu mu so 2 zu 1 für glattbach so nächster booster ich bin gespannt vielleicht wollt ihr eure tipps auch in die kommentare schreiben ihr könnt ihr so machen wie hier 1 2 3 4 ich habe genauso vom spielplan bei kicker hier übernommen wir haben nürnberg schon wieder schon wieder schon wieder schon wieder paderborn hey haben wir hier augsburg das ist das 1 zu 1 dann haben wir hier die kleeblätter kaiserslautern kaiserslautern so da haben wir hier heidenheim als tag team mit dubedern und kleindienst das ist das 0 zu 1 gegen st pauli hier so ich muss hier auch ganz knapp alles machen oh hier tag team bayern-münchen koman und sanne ist das 0 zu 1 hier für bayern-münchen geil 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 haben wir hier noch köln leider in der zweiten liga tut mir echt leid haben wir hier union ist das 0 zu 1 gegen mainz also vom ja vom platz her wird's klappt's heute haben wir hier WN Wiesbaden loko dann hätten wir hier noch frankfurt mit mario götze als superstar mal frankfurt das ist das 0 zu 2 gegen dortmund uiuiui und da haben wir noch einmal hoffenheim mit also superstar mit gramaric das ist das 3 zu 0 hier für hoffenheim ok da hätten wir hier am schluss ein 2 zu 1 für gladbach wir hätten hier ein 0 zu 0 leipzig gegen bochum glaube ich eher nicht ähm dann haben wir hier 3 zu 0 hoffenheim gegen kiel könnte hinhauen dann haben wir hier 0 zu 1 für stuttgart gegen freiburg wir hätten hier ähm 1 zu 1 augsburg gegen werder wir haben hier 1 zu 0 für union gegen mainz wir hätten hier 2 zu 0 äh 0 zu 2 für frankfurt gegen dortmund wir haben hier ein 0 zu 1 bolsburg gegen bayern und wir haben hier ein 0 zu 1 für heidenheim gegen san pauli so ich bin mal gespannt auf eure tipps also ich will jetzt nicht alles tippen also leverkusen denke ich mal dass die gewinnen bayern denke ich auch dass die gewinnen dortmund könnten weiß ja nicht ja könnten auch gewinnen aber wie hoch ich würde mal sagen 2 zu 1 leipzig wird gegen bochum auch locker gewinnen da sage ich 3 zu 0 ja aber schreibt es jetzt hier nicht rein ihr seht es ja und ihr hört es ja was ich sage ja da würde ich sagen bis zum nächsten orakel oder short oder video haut rein bis zum nächsten mal und auf wiedersehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Vielen Dank.